Laura Maria Ripas Sohn erblickt früher als geplant das Licht der Welt. Ende Januar macht die Influencerin die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. Der Kleine hört auf den Namen Leano Romeo. Er ist der ganze Stolz von Laura und ihrem Verlobten Pietro Lombardi. Im Netz gewährt die 27-Jährige ihren Fans seither Einblicke in ihren Alltag als Neumama. Nun verrät sie zudem ein paar Details zur Geburt. Leano kam sechs Wochen zu früh und wir sind dann zwei Wochen im Krankenhaus geblieben. Der Kleine Leano hat es nämlich ganz schön eilig und möchte wohl schon gerne früher zu Mama und Papa. Drei Tage bevor ich den Kleinen entbunden habe, hatte ich schon extreme Schmerzen, aber ich dachte es sind Übungs- oder Senkwehen. Leano entwickelt sich nach seiner Ankunft aber prächtig und hat laut Laura schon jetzt richtige Riesenfüße.